Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Pokedentist. Es freut mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Wir werden nämlich heute diese wunderbare chinesische Top-Trainer-Box oder whatever, was für eine Box, öffnen. Mit dem wunderbaren Mute drauf. Die hat mich sehr angesprochen und deswegen würde ich sagen, wir machen gar nicht lange rum wie immer und gehen rein ins Video. Da sind wir auch mit der wunderbaren Trainer-Box. Ich weiß nicht, ob es die Top-Trainer-Box heißt oder was auch immer. Auf jeden Fall im Simplified Chinese. Die habe ich von einer Internetseite. Die ganze Box werde ich unten einfach mal verlinken, könnt ihr mal reinschnuppern. Ja, 60 Euro hat sie gekostet plus Versand. Und wir haben hier einige coole Sachen drin, wie man hier schon so sieht. Hier ist einmal so eine kleine Box mit Würfeln. Das interessiert mich alles weniger. Da sind auf jeden Fall, ich glaube, sechs Booster drin von diesen Big Boostern aus dem Chinesischen. Und eben noch hier dieses Special Booster. Und ich bin übelst hyped. Ich habe noch nie was Chinesisches geöffnet. Bei der Box bin ich schwach geworden, weil das Mio einfach sehr überzeugt da vorne drauf. Und ich mache einfach mal hier irgendwo einen Cutty-Cut. Zack. Das sind Karten irgendwie gemischt. Also Fusion Strike und Evolving Skies. Die teilen sich sozusagen ein Set, also Funktionsangriff und Drachenwandel im Chinesischen. Weil, wie ihr alle vielleicht schon mitbekommen habt, das wird gerade alles nachgeholt im Chinesischen. Und deswegen sind da jetzt wieder Produkte vorhanden und Karten zu bekommen für relativ günstige Preise. Wie zum Beispiel Latios und Latias. Ich werde es einfach mal einblenden. Und natürlich auch nach Tara V-Max und so weiter. Die ganzen Banger-Karten, die bei uns schon abartig teuer sind. Und hierzu gehört eben auch hier aus dieser Box zum Beispiel ist da drin oder kann da drin sein Raiquaza V-Max Alt-Art. Also der coole Typ, der da im Himmel rumfliegt, wird jetzt auch gerade eingeblendet. Oh, da ist eine Delle. Egal, wir machen das jetzt ganz schön mal auf. Ich habe keine Ahnung. Übrigens auch Mew V-Max Alt-Art kann drin sein. Das muss ich aber eigentlich so lassen. Machen wir mal so. Genau, und wie gesagt, sechs Booster. Gucken wir mal da rein. Ja, das sind Pokémon-Karten. Wichtig bei Chinesisch. Qualität Japanisch. Weil in Japan gedruckt. Rückseite von uns, wie von unseren Karten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das aufmachen muss. Wir schauen mal ganz kurz rein. Die Energiekarten mache ich auf keinen Fall auf. Also da sind von jeder Energiekarte zehn Stück drin, habe ich gelesen. Und hier sind Trainer und so weiter. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch mal zu. Und wir gucken weiter, was es so gibt. Ist nicht geil zusammengebaut. Hier die Boxen. Was ist das? So. Oh. So, da schauen wir mal. Hier sind die Booster. Und da ist ein Special Booster. Das ist auch da mit drin. Hier sind Karkentrenner. Aber sehr süße, muss man schon sagen. Ich bin übelst gehypt. Noch nie irgendwas wie auf Chinesisches geöffnet. Erstes Produkt. Bin mal gespannt, ob sich das in irgendeiner Weise etablieren wird. Und hier, ich weiß nicht, da habe ich früher in sowas mal eine Milchzähne gesammelt. Aber, oh, die Chinesen sammeln darin Würfel. Es riecht aber auch alles ganz fancy. Und hier ist ein rosaner Würfel und hier noch ein paar Schadensmarkenwürfel. Und eben diese wunderbare Box. Die top ist. Also ich versuche es hier die ganze Zeit zuzumachen. Aber ich weiß nicht, ob es einen Trick gibt. Naja. Die wird bestimmt auch zubleiben. So, dann haben wir, wie gesagt, dieses Special Booster. Da sind zwei Karten drin. Denken wir mal hier hin. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Ein Moment. Da oben ist auf jeden Fall Mew. Hier mit dem Herzschwänzchen. Ich weiß jetzt gar nicht, mit was man da am besten anfängt. Ich glaube, wir machen einfach mal das hier zum Schluss. Ich habe keinen Plan, was da jetzt krasses drin sein kann. Diese Box macht mich leicht aggressiv. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Aber die macht mich auf jeden Fall aggressiv. Da muss man nur drankommen, dann ist die wieder so offen. So, Mew. Bleib. Hier sind die Jumbo Booster. Ich habe richtig Bock drauf. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein. Und hoffen natürlich auch, dass wir eine geile Altart ziehen können. Das sind die Booster. Alter, das ist absolut ungewohnt. Guckt mal, wie fett die sind. Das sind sechs Booster übrigens. Das habe ich fünf gesagt. Das sind sechs. Gut. Okidoks. Wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Sagt mir mal in den Kommentaren, was sagt ihr zu chinesischen Produkten? Also ganz wichtig, Simplified Chinese, nicht Traditional Chinese. Simplified Chinese reden irgendwie 1,2 Milliarden Chinesen. Und das Traditional eben nur sehr wenig. Oder andersrum. Ne, ist schon so richtig. Aber wie viele genau, keine Ahnung. Ich bin kein China-Experte. Deswegen schauen wir einfach mal da rein. Interessant ist auf jeden Fall das Booster-Pack. Hier schon mal mit dem Long-Sleeve. Wie bei den japanischen Packs generell. Und auch mit so einer Reislinie. Ich mache es einfach mal so. Hier, so. Erstes Pack China. Wird es eine neue Reise auf meinem Kanal? Das ist die Fragen. Vielleicht werde ich zum China-Poke-Dentist. So. Und es geht wie immer richtig schlecht. Kein Plan, was da der Kartentrick ist. Oh Gott. Das tut mir sehr leid. Also, pro Ding hier sind wohl garantiert. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt das erste Pack einfach ganz normal öffnen. Pro Pack sind garantiert 5 Holos. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir fangen mal an. Da glitzert es auf jeden Fall irgendwo. Das ist natürlich geil. 25 Karten. Ganz kurz mein Mikro ein bisschen anders machen. So, perfekt. Hier ist... Oh, wartet mal. Wir brauchen eine bessere Sicht. Sehr gut. Hier ist ein Elefant. Das ist schon cool, die Artworks wieder zu sehen. Ähm. Wir gehen einfach mal da durch. Ich habe keinen Plan, ob es hier einen Kartentrick gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Ein Tier. Absoll. Endlich mal wieder ein Pokémon, was ich kenne. Makuhita. Oder die Weiterentwicklung. Ein Austoss. Und eine Holo-Karte. Okay. Und ein sehr wildes Holo auf jeden Fall. Ähm. Ein sehr wildes Holo. Und... Gehen wir mal extra. Ein bisschen besser in der Kamera bleiben. Ich bin selber so gespannt. Und... Ein Quaser. Eine Reverse-Karte. Und... Noch eine Reverse-Karte. Okay. Okay. Ja. Die sind schon... Die sind schon sehr ähnlich zu unseren, muss man jetzt sagen. Aber die Qualität ist halt wirklich... Wie bei den japanischen Karten. Also wenn man da was graden lässt... Ist die Chance, glaube ich, recht gut. Und recht hoch, dass man da ein gutes Grade bekommt. Hier ist drei Quaser. Fünf Holo ist garantiert. Hat gestimmt. Ich sammle die hier einfach nebendran. Zeit später nochmal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also... Das macht... Okay. Das war super. Ach. Och nö. Also das Öffnen der Booster ist definitiv bei unseren am besten. So. Da tut mir sehr leid. Da hat grad die Aufnahme etwas gespacht. Ich teste nochmal so. Geht recht flüssig. Haben leider auch keine Mitteilung von OBS mit irgendeiner Überforderung oder sowas. Nokcan. Klappt die Fuchs. Ein Maulwurf. Mag irgendwas. Ach, das ist ja eine süße Karte. So, dann haben wir hier Hubluff oder so. Iceman. Apfel. Den kennt man von Drachenwandel. Die Leute, die Drachenwandel schon öfters geöffnet haben. Die hassen ihn. Snomnom. Und jetzt kommen wir noch ein paar Trainerkarten. Den kennt man auch vom Ding. Drachenwandel und coole Arcani-Karte auf jeden Fall. Das zweite Mal der Abbruch meiner Kamera. Wir waren beim Arcani stehen geblieben und machen da jetzt auch weiter. Und hoffen, dass es jetzt durchfällt. Ich beeile mich einfach. Hier, Wati. Oh. Oh. Holo. Impergator. Zapdos. Mew. Sehr schöne Karte. Muss man schon sagen. Und? Nein. Oh ne, die ist so hässlich. Aber die ist schön. Inikoro. Oh. Aber eine V-Max. Schöne Karte. Oh. Oh mein Gott. Ich hab ne Karte verbogen. Ich hab wirklich ne Karte verbogen, Leute. Okay, ich hasse diese Packs jetzt schon. Oh nein. Nein. Wir machen direkt den Karten-Ding, dass man die sieht, die ich verbogen hab. Es ist so ein cooles Ding. Okay. Haha. Macht ja Spaß. Weiter geht's. Geil. Was sagt ihr bisher zu den Karten? Also die Pulse sind schon mal sehr gut. Aber ich sag auch ehrlich, ich würde mir wahrscheinlich, es macht Bock die aufzumachen, wirklich. Aber ich würde mir nicht irgendwie jetzt da großartig, okay, das sag ich immer und dann mach ich es vielleicht doch am Ende. Aber ich glaube nicht, dass ich mir extrem große Displays oder sowas kaufen wollen würde. Auch wenn die Qualität natürlich wirklich toll ist. Aber, ja. Weiß ich nicht. Das ist übrigens die Scroll of the Flying Dragon. Okay, ich dachte gerade wieder, ich meine Kamera spinnt. So. Wir kommen langsam näher zu den Holos. Und da ist die erste Hohlo. Oh. Ja, Dax oder so. Achtung, Achtung. Oh, ein Schlaraffel. Oder... Ja, müsste ein Schlaraffel wie sein? Oh. Bolt und wie. Altart. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie limitiert ist. Pro Pack. Gott sei Dank habe ich die nicht verboten, Mann. Die ist schön. Schaut euch mal an, wie die abgeht. Die hat auch wunderschöne Strukturen alles. Top. Top. Vielleicht mag meine Kamera die chinesischen Karten einfach nicht. Die würde ich mal direkt einsteigen. Es lief's. Wo seid ihr? Hat er euch vorhin noch? Ah. Okay. Alter, schaut euch mal die Ausbeute an. Und wir haben noch nicht mal... Wir haben jetzt gerade die Hälfte geöffnet. Das ist schon crazy. Cool. Weiter geht's. Nächstes Booster. Und jetzt ein bisschen vorsichtiger. Oh, ist das hässlich. Also da muss man ganz klar sagen... Ach, Moment. Hier vielleicht. Wie bei den Erkanischen. Oh. Okay, aber das ist gut. Man lernt nie aus. Deswegen. Haben wir hier ein Trapfel. Back non, weiß ich nur auf Englisch. Dann hier eine... Und jetzt noch. Einen Moment. Die Karten eskalieren. Was ist denn heute in diesem... Magic Opening los? Aber dafür denke ich, dass wir noch eine Altart ziehen. Hier ist ein Ponyfraß. Elisard. Animani. Sehr süß. So. Latios. Sehr süß. Irgendwelche Pillen. Altaria. Okay, da sind wir bei den Holos. Melmetal. Und die V-Karte. Und die V-Karte. Volt und. Das war klar. Wusste noch was? Nochmal die Drogenparty. Und? Nix. Vorletztes Booster schon. Jetzt weiß ich auch nach so vielen Boostern, dass man sie einfach genauso öffnet wie die japanischen, was sehr peinlich ist. Ich bin Poké Dentist. Der Pokémon-Profi auf YouTube. Okay. Wir sind ready. Und ziehen jetzt. Raikwasa. V-Max. Altart. Da sind wir hinterher. Wieso auch immer das mit View. Oh. Ich hab ne Karte. Ein roter Murf. Unter, äh, Dings. Unterschlagen. So, hier. Bisschen schneller mal. Da ist auf jeden Fall was Wieiges. Was? Oh. Das wär doch was. Also das Raikwasa, ganz ehrlich. Och Gott, würd ich schreien. Haltet euch fest. Ich hätt's verdient. Ich hab so viel, so lange nichts mehr Gescheites gezogen. Wobei mir die Bolt und auch schon gut gefällt, muss ich sagen. Latios ist wirklich eine schöne Karte. Aber wie viel Bult man da hat. Auch jemanden chinesischen Bult. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Und die erste. Melmetal. Stahlos. Und jetzt, ich bin so gespannt. Garados. Und. Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Das war die Karte. Und. Makuhita. Also, dass da ne Viet drin ist, ist, glaube ich, ja eh sowieso klar. Last Pack Magic. Oder For Last Pack Magic. Wir haben ja noch dieses Special Pack hier. Keine Ahnung, was da drin ist. Wir lesen zwei Karten auf jeden Fall. Wahrscheinlich irgendeine Mew-Karte. Oder so. Ähm. Ja. Okay. Wir sagen Feuer Energie. Ha! Hier gibt's ja gar keine. Okay. Hasi. Ach, das ist aber wirklich. Schaut euch mal den Hasen an. Im Mondschein unterwegs. Auf wartend vom Jäger erwischt zu werden. Oh nix. Zebra. Noch einer im Abendlicht. Und da ist die Vorentwicklung von Elisad. Keine Ahnung, leider wie's heißt. Drückt mir die Daumen. Wir möchten jetzt Galkwaser Remax Altart. Also das kann man sich echt noch gut leisten, sag ich mal. Ähm. Um Drachenwandelkarten zu ziehen. Das ist schon crazy. Hier die Drogenparty. Boxhandschuhe. Ähm. Und wir kommen zu Holo, glaube ich. Ja. Oh, geil. Latias. Oder Latios. Ich bin mir nicht sicher. So. Der ist auch ganz cool. Und jetzt. Genesect. Nicht so geil. Und Blastpack. Garados V-Max. Max. Eigentlich auch nicht so schlecht. Und. Eine. Reverse Karte. Sieht auch schon cool aus. Muss man schon sagen. Guckt euch mal die Qualität an. Einfach klasse. Klasse Mensch. Und jetzt. Hier ist wohl irgendwas, um es zu öffnen. Ich bin ganz gespannt. Da steht bestimmt irgendwas drauf, was wir gar nicht lesen können. Von wegen. Hier ist nur Müll drin. Wir machen das jetzt aber hier damit wieder auf. Und damit war es dann tatsächlich. Oh, da glänzt es aber kräftig, Leute. Wow. Guck mal. Seht ihr das? Sieht man das? Was ist denn das Geiles? Für eine heftige Reverse. Wow. Alter. Leute. Ich habe schon was gesehen. Äh. Äh. Okay. Die ist nicht so geil. Aber die ist ja cute. Das ist bestimmt die schlechteste, die man daraus ziehen kann. Aber die ist ja mal mega und brutal geboren. Aber die ist ja toll. Wirklich. Süß. Die mache ich in meinem Pikachu-Binder. Krass. Okay. Und die Reverse-Holo. Mit Struktur, muss man auch dazu sagen. Gut, dass ich oben drauf habe. So. Mit Struktur. Sieht man hier mega gut. Aber es sieht schon auch cool aus, muss man sagen. Also gut gemacht. Aber das ist schon ein Crazy-Holo-Effekt. Erinnert mich ja schon fast an das damalige Set. Das Legendary. Krass. Heftig. Okay. Das war es dann auch mit dem Opening heute. Nächste Woche kommt eine nächste Mystery-Bix-Box-Bix von Crazy-Cards-EU. Könnt ihr gerne einschalten. Wird sich auf jeden Fall lohnen, kann ich schon sagen. Und lasst mir gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr von Simplified-Chinese-Produkten sehen wollt, dann schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Und damit bin ich raus und sage Ciao, Ciao. Willkommen bei PokéDentist, hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen, das ist mein Plan. Tägliche Shorts und fäschentliche Videos, klar. Auf YouTube und Instagram, immer für euch da. PokéDentist, ein Pokémon-Kanal. Karten und Booster, das ist optimal. Freu euch auf Abenteuer, sei mit dabei. PokéDentist, hier gibt es...